Seelenwanderer Review Seelenwanderer ist eine Fanfiction von Evil Twin. Ich habe jetzt ziemlich viele von ihr vorgelesen. Wir neigen uns leider auch schon langsam dem Ende zu. Finde ich persönlich sehr schade. Bei Seelenwanderer geht es darum, dass eben Hermine und Reiko Malfoy ihre Körper tauschen. Hermine wurde in dieser Fanfiction mit einem Morpus-Pulver, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, ansonsten ist es halt so. Auf jeden Fall wird sie mit diesem Pulver bestäubt, weil eben davor Pansy Parkinson und einige andere Mädchen sie geärgert haben. Reiko Malfoy kommt dann später hinzu, ärgert sie ein bisschen und Ron, der es eigentlich nur gut meint, vermutlich, ich weiß nicht so genau, auf jeden Fall wirft er halt einen Fluch auf ihn. Hermine steht nebendran. Durch das Morpus-Pulver wird, was auch immer ist, aktiviert, aktiviert und die beiden tauschen halt eben ihre Seelen. Jetzt steckt Hermine mit ihrer Seele in Dracos Körper und Draco mit seiner Seele in Hermines Körper. Das ist die ganze Ausgangssituation zwischen den beiden. Dumbledore sagt, nur die Zeit kann eben die Seelenwanderung wieder rückgängig machen. Die Seelenwanderung wurde anscheinend, also in dieser Geschichte halt eben, verboten vor vielen, vielen Jahrhunderten oder wann es halt auch eben war. Deswegen gibt es auch keinen Gegenspruch dazu, sie müssen halt abwarten. Also versuchen die beiden, ohne es jemandem zu erzählen, ihren Alltag zu meistern und tatsächlich gelingt es ihnen eigentlich, ich sag jetzt mal, bis auf die letzten vielleicht Monate, es tatsächlich so hinzukriegen, dass es eigentlich keinem auffällt oder so gut wie keinem auffällt. Ich muss persönlich sagen, ich bin ein totaler Fan von sowas. Von diesen ganzen Zaubertrankunfällen und so und oder Wahrheit oder Pflichtspielsachen oder Wette verlieren Sachen. Ich finde die nämlich total witzig. Es ist schön zu sehen, wie man, wie Menschen sich auf diesem Wege kennenlernen oder näher kennenlernen oder ja, einfach wirklich sich aus anderen Blickwinkeln sehen und vielleicht auch den anderen aus einem anderen Blickwinkel sehen dann plötzlich und wie wichtig eigentlich einem so ein Mensch werden kann. Ich persönlich muss auch sagen, ich finde dieses Körpertauschen auch in Filmen ziemlich cool, weil ich bin der Meinung, man kann tatsächlich nicht in die Schuhe eines anderen reinschlüpfen, also auch niemals empfinden, was er so durchgemacht hat, wenn man es nicht selber durchgemacht hat. Ich wünschte mir manchmal in der Realität, dass es solche Knöpfe oder Zaubertränke von mir auch gibt, wo man einfach mal Platz tauschen kann mit jemandem, einfach um zu sehen, wie es denn eigentlich ist, so zu leben, wenn man Schwierigkeiten hat. Sei es jetzt ein Mensch mit Depressionen, ein Transgender, ein Homosexueller, ein Schwarzer oder Sonstiges, die einfach wirklich Schwierigkeiten in ihrem Alltag haben, egal aus welchen Gründen, sei es ihre Religion, ihr Aussehen, ihre Sexualität, ihre Orientierung an Geschlecht oder was für einen Grund man da auch findet, einfach um den Leuten begreiflich zu machen, mit was diese Menschen zu kämpfen haben. Und nicht, weil sie schwarz sind oder weil sie im Rollstuhl sitzen und im Rollstuhl sitzen und der sie behindert, sondern wie schwer es wir anderen es diesen Menschen machen. Ja, ich meine, diese Menschen haben es nicht schwerer im Leben, weil sie im Rollstuhl sitzen, sondern weil wir es ihrem Leben schwer machen, weil sie in diesem Rollstuhl sitzen. Also versteht ihr da, was ich meine? Natürlich hat man, ich sag jetzt mal, gestaltet man sein Leben anders, wenn man jetzt das Beispiel vom Rollstuhl einfach bei sich behält, aber trotzdem kann man mit seinem Rollstuhl Auto fahren, in die Arbeit gehen, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, sein Leben genießen, auf Partys gehen, Party machen, jemanden kennenlernen, Kinder haben, eine Familie gründen, heiraten, tanzen, Sport machen, schlag mich tot, man kann ja trotzdem sein Leben genießen. Aber wir, die halt eben nicht im Rollstuhl sitzen, wir, die Gesellschaft, starren diese Leute an, bemitleiden sie, beschimpfen sie, geben ihnen vielleicht nicht den Job, obwohl sie es eigentlich verdient hätten und schränken sie einfach sehr in ihrem Leben ein. Das meine ich halt eben damit, damit es keiner falsch versteht. Genauso kann man das auch auf alle anderen Sachen widerspiegeln, ob man jetzt aussieht wie ein Araber oder, ich will jetzt nicht, jetzt habe ich es schon gesagt, aber wie halt, wie ein ostasiatischer, nee, ein westasiatischer Mensch oder einer aus dem Orient, der halt so als Terrorist gelten könnte oder allgemein einfach auszusehen wie ein Ausländer, wenn man ein Transgender ist oder Sonstiges ist oder ein Homosexueller ist oder wie ist oder ein Schwarzer ist, also ein farbiger Mensch ist. Man wird immer komisch kritisiert. Es werden immer einen so viele Steine in den Weg gelegt durch die Gesellschaft, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Das muss einfach aufhören, meiner Meinung nach. Und deswegen finde ich, sollte es solche Tränke geben, wo man einfach wirklich mal tauschen kann mit so einem Menschen, sei es für einen Tag, für eine Stunde, für eine Woche, um einfach mal zu sehen, wie das Leben so ist. Ich glaube, das würde tatsächlich vielen die Augen öffnen, wirklich ganz, ganz vielen Leuten die Augen öffnen, weil oft ist es das fehlende Wissen, der Mangel an diesem Wissen, der Mangel an Aufgeklärtheit von Leuten, die einfach nur das Hörensagen von anderen übernehmen oder von ihrem Staat oder von ihrem Pfarrer oder von ihrem keine Ahnung was und das dann einfach glauben, dass es dann so ist. So wie alle Leute glauben, dass wenn man Tourette hat, Leute beleidigt bis zum geht nicht mehr und da eigentlich noch so viele andere Sachen dranhängen können und diese Beleidigungen sozusagen vielleicht nur zwei Prozent dieser Krankheit ausmachen, die auch nur zwei Prozent dieser Menschen bekommen können. Aber jeder, der Tourette hört, denkt natürlich sofort an Beleidigungen, Beschimpfungen und nicht an andere Sachen oder an Tics, die dieser Mensch hat. Oder genauso wie wenn man sagt, du bist ja so schizophren, dass man dann glaubt, dass er verschiedene Persönlichkeiten hat. Schizophrenie ist nicht Persönlichkeits-27-Persönlichkeiten in einer Person, ist halt einfach nicht so. Also es fehlt manchmal echt an Aufklärung an den Leuten, aber das ist ein anderes Thema, sonst steigern wir uns zu sehr rein. Ich finde es auf jeden Fall super, super toll. Deswegen hat mir diese Geschichte ehrlich gesagt auch sehr gefallen. Ich finde es schön, weil gerade die beiden aus so unterschiedlichen Ansichten dieser Welt stammen. Ich meine, Draco wurde selber von seiner Familie als reinblütiger Magier ganz anders erzogen. Und nicht, weil sie reich sind, sondern weil halt eben ihre Vorstellungen vom Leben und von der Magierwelt und von der Zauberergesellschaft anders sind, wie zum Beispiel Hermine oder Hermione, wie sie halt in der Geschichte auch gerade genannt wird. Was übrigens auch ihre Organalname ist. Sie kommt aus der Muggelwelt, also aus unserer Welt. Und ihre Eltern haben sie ganz anders erzogen. Und sie hat auch ganz andere Ideale mitbekommen, die sie jetzt in dieser Welt, sage ich jetzt mal, der Magier mitbringt. Und diese Magierwelt ja eigentlich zwar Magie hat, was ich persönlich als nicht-magischer Mensch total cool finde, aber andererseits auch erschreckend finde, wie mittelalterlich sie immer noch sind. Ja. Gerade die zwei lernen, glaube ich, sich dann auf eine ganz andere Art und Weise kennen. Es hätte für mich jetzt keine Liebesgeschichte am Ende sein müssen. Dieses Verständnis alleine hat irgendwie vollkommen ausgereicht. Aber natürlich, ich bin ein riesengroßer Romani-Fan. Liebe muss sein. Könnt einfach mit dazu. Aber ich finde allgemein für dieses Verständnis-Dings hätte es halt für mich nicht gebraucht. Aber es ist ja eine Romani-Fan-Fiction, von dem her war es eigentlich ein Muss. Was mir auch gefallen hat, war, wie skeptisch Harry und Ron geworden sind, weil sie es natürlich gemerkt haben, weil ihre Freundschaft zum Beispiel etwas ganz anderes ist, wie es so wie in der Fan-Fiction beschrieben wird von Draco und seinen Freunden oder Hauskameraden ist. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich finde es für die Geschichte an sich sehr schön. Ich weiß, dass die Slytherins oft so in den Fan-Fictionen beschrieben werden. Ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass es in den Büchern genauso war. Ich finde allgemein, in den Filmen wurden sie als sehr böse dargestellt. Wenn ich jetzt nur die Filme geschaut hätte, könnte ich mir durchaus denken, dass sie tatsächlich alle so sind, so heimtückisch und fallen auch ihren Freunden in den Rücken und so, so wie sie halt dargestellt worden sind in den Filmen. Aber in den Büchern zum Beispiel haben sie ja auch mitgekämpft in den Krieg und wurden nicht so wie in den Filmen an den Kerker eingesperrt. Das weiß ich noch. Wie gesagt, finde ich für die Geschichte sehr passend. Finde ich aber manchmal auch sehr schade, dass die Slytherins so dargestellt werden in den Fan-Fictions, weil ich finde, die verdienen es besser. Genauso wie die Hufflepuffs es besser verdienen. Aber die haben irgendwie alle so einen schlechten Ruf bekommen, aus welchen Gründen auch immer. Finde ich sehr, sehr schade, muss ich sagen. Was mir auch gefallen hat, ist, dass er zwar sagt, dass Blaze Sabini sein bester Freund ist. Ich muss sagen, ich mag Blaze. Ich finde den einfach toll. Ich finde es auch immer toll, wenn es bestimmen wird als bester Freund. Wirklich als bester Freund und nicht so wie Crab und Groll, so nach dem Motto, meine Gorillas, die eigentlich nur auf mich aufpassen. Weil ich finde, jeder Mensch sollte mindestens einen Freund haben, an den er sich wenden kann. Ich finde es nur schade, dass er so wenig vorkommt, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Ich hätte es gern gesehen, dass zum Beispiel auf der einen Seite Harry und Ron langsam eben Draco auf die Schliche kommen und auf der anderen Seite eben Blaze Sabini ihr langsam auf die Schliche kommt, also Hermione. Und die sich vielleicht sogar am Ende vielleicht auch zusammengeschlossen hätten. Wäre ja ganz cool gewesen und ganz nett. Und, ähm, wobei mir am Ende schon den Eindruck gemacht hat, als hätte er es irgendwie gecheckt, nur nie irgendwas dazu gesagt. Und das würde, muss ich sagen, für die auch genial gemacht. So nach dem Motto, der stille heimliche Beobachter, der so gut wie nie auftaucht, aber dann doch über alles Bescheid weiß. Ähnlich, muss ich sagen, wie Dumbledore es gemacht hätte. Also Blaze Sabini, gell, du könntest der nächste Dumbledore werden. Bei Sanders, muss ich sagen, ich fand es interessant, wie, ähm, wie sie Draco in der Bibliothek begegnet ist, der ja zu dem Zeitpunkt Hermine war. Und wie Hermine damit umgegangen ist, dass der männliche Körper auf die weibliche Berührung, ich kann schon nicht mehr reden, Berührung reagiert hat. Ähm, dass sie das Tabu gebrochen hat. Auf der gleichen Seite hat der Draco es auch versucht, wobei sie ihn total komplett unterbrochen hatte. Fand ich ein bisschen gemein. Ich meine, ich hätte es ihm auch, ähm, irgendwie gegönnt, dass er seinen Spaß hat, sage ich jetzt mal. Ähm, dass sie dann am Ende auf die Idee gekommen sind, miteinander zu schlafen, fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen. Ich meine, wenn sie miteinander geschlafen hätten und dann wäre der erste Seelentausch, ähm, vollstanden gegangen, hätte ich es dann auch verstanden. Aber so hat es irgendwie gar keinen Sinn gemacht, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Oder in manchen Filmen ist es ja auch so, wo sie so Körper tauschen, dass sie dann so einen Blitz trifft oder sie die Köpfe einschlagen. Dann würde es ja für mich Sinn machen, dass sie die Köpfe wieder einschlagen, aber dass sie dann miteinander schlafen wollten, fand ich ein bisschen abwegig. Schlussendlich hat dann wirklich Verständnis, Akzeptanz und sowas, dass sie dazu gebracht, ihre Seelen wieder zurückzutauschen, war eine unheimlich süße Lösung des ganzen Problems. Und dass sie schlussendlich gemerkt haben, dass der andere einem fehlt und dass sie Gefühle füreinander haben, fand ich einfach nur zuckersüß. Wobei man natürlich am Anfang eigentlich schon rausgelesen hat, dass Hermione eben doch so ein bisschen verknallt ist in ihn, aber es sich nicht so eingestehen will, weil er halt so ein Arsch ist. Und er schlussendlich dann auch zugibt, dass er Gefühle für sie hatte, ja, was soll ich sagen, mein Hermione-Herz hat da auf jeden Fall Putzelbäume geschlagen, fand ich unheimlich toll. Muss auch sagen, ich habe auch sehr gelacht beim Epilog, als ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass ihre Kinder den gleichen Weg gegangen sind, wie ihre Eltern und ihre Seelen getauscht haben, muss ich sagen, ging es mir genauso wie Albus und Poppy, ich musste einfach darüber lachen, weil es einfach witzig war, gerade weil der Weasley-Spross dafür gesorgt hat, dass die beiden eben ihre Seelen tauschen. Fand ich auch ein tolles Ende. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, es ist so eine typische Evil-Twin-Story. Ich könnte es nicht an genauen Elementen ausmachen, was ich damit genau meine, auch wenn ich ein sehr schlechter Erklärer bin. Aber ich finde sie, Toronis, die Meg, Lady S, die haben so eine bestimmte Art und Weise, ihre Geschichten aufzubauen. Die sind alle unterschiedlich, aber im Kern haben sie irgendwie alle die gleiche Aussage. Vielleicht ist es das, was ich meine. Und das muss ich sagen, finde ich sehr schön bei Evil-Twin. Ich liebe ihre Geschichten, aus diesem Grund auch sehr gerne. Ist auch bei den anderen Autoren so und auch bei den Autoren, die ich jetzt nicht genannt habe, das sind jetzt die ersten vier oder fünf gewesen, die mir spontan eingefallen sind. Ist auch genauso wie bei Akasha Sekiti zum Beispiel, die ist auch so eine Autorin, wo ihre Geschichten alle unterschiedlich sind und andere Stränge haben, aber im Kern alle das gleiche aussagen. Und das muss ich sagen, das liebe ich sehr. Ich finde das so ein Wiedererkennungswert, so als würden sie ihre Geschichten signieren. Irgendwie so in der Art, muss man sich das vorstellen. Ich hoffe, es hat euch auch sehr gefallen. Und ihr lasst den Autoren auf der Seite, die ich unten verlinke, Likes und Reviews da. Die freuen sich immer über sowas. Ich sage das bei jeder Review und ich sage es auch gern auch zum hundertsten Mal dann auch noch. Es ist, ehrlich gesagt, persönlich einfach sehr wichtig, dass ihr da wirklich rauf geht auf die Seite und es liked und revieut. Das wäre so, so toll, weil die Autoren verdienen es einfach. Ich meine, ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht, indem ich es vorgelesen habe, was nicht schwer ist, weil ich musste nur vorlesen, wie gesagt. Das kann, ich sage jetzt mal, ungelogen jeder Affe. Aber die Autoren machen sich die Mühe und lassen da ihre Feder springen aus ihrer Fantasie und ein Regenbogen entstehen. Ich kann es nur bewundern, weil ich kann es, glaube ich, nicht. Ich kann solche Geschichten nicht schreiben. Bei mir wäre alles so wie bei den Teletubbies, sage ich jetzt mal. Sonne und Pudding und der Nono, oder wie der mein Geist hat. So, in etwa stelle ich mir zumindest meine Geschichten vor. Deswegen scheut euch nicht. Liked, liked die Storys. Genau. Dann, ja, bin ich fertig. Ich sage danke fürs Zuhören und einen schönen Abend euch noch oder einen schönen Tag noch. Und bis dann. Ciao.